Und nun hat Baron Wilhelm von Assi eine wichtige Ansprache zu machen. Jo, eine Sache habe ich noch zu sagen. Und zwar habe ich jetzt 100, äh 100. Also ich habe mehr als 100 eigentlich. Inzwischen habe ich über 100 von diesen, diesen, diesen Dingern. Von diesen Haribo-Enten. Ne, Moment. Von diesen Antilopen. Von diesen Alimenten. Ne, ne, das ist ja das, was ich an die halbe Nachbarschaft zahlen muss. Jetzt weiß ich's. 100 Abonnenten. Ihr habt mich fleißig abonniert. Und ich habe inzwischen über 100 Abonnenten. Das macht mich viel tighter als die meisten von euch. Wenn man sonst nichts hat, um damit anzugeben, dann muss man eben sowas zu Rate ziehen. Aber ich finde das cool. Und ich finde es auch cool, dass ihr immer wieder regelmäßig einschaltet, wenn ich irgendeinen Scheiß von mir gebe. Und weil ich das so cool finde, dürft ihr auswählen, was ich als nächstes reviewen soll. Klickt hier, wenn ihr wollt, dass ich einen Film reviewe. Klickt hier, wenn ihr wollt, dass ich eine TV-Serie reviewe. Klickt hier, wenn ihr wollt, dass ich ein Folgen-Click-Adventure reviewe. Klickt hier, wenn ihr wollt, dass ich irgendein sonstiges Computerspiel reviewe. Klickt hier, wenn ihr wollt, dass ich ein Konsolen-Klassiker reviewe. Das Video, das bis Silvester die meisten News hat, entscheidet darüber, was ich reviewe. Also, fleißig klicken. Ach, noch was sollst ihr irgendwie tun? Äh, äh, äh. Oh, jonge, 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 äh. Oh, fuck.